ja aber du musst weiter jetzt ist jetzt weiter müssen nach blackwoods oder wie das heißt oder netwoods netwoods ja das muss unten die stadt sein ach du mal da deine mission kurz weiter ich gehe mal einmal um der ein mission dann muss betrieben weil drin weil es hier kein fahrrad gibt oder sowas oder auto herausforderung abgeschlossen sammle 76 holz hier kein roboter mehr feuerhut aber du musst auch hierhin im laden ja natürlich 10 mm hat er gehabt sehr gut leer ganz müll hier durchsuchen mach du mal deine mission da guck mal drauf wo du hin musst was wir denn bald nachher bei den gleichen scheiß sind weil so kriegst du am schnellsten level du musst dir so eine kleine stadt dann runter da kannst du zum beispiel dein da musst du diese mission machen die eine findet man eigentlich recht schnell und da kannst du dann auch noch ein paar nebenmissionen machen so eine frau wasser testen und dir die sachen dann anhören ein verbrannter wanderer ist da aber okay bei der ex was denn hier Es ist nur ein Beta, Leute, es ist nur ein Beta Nach ein paar Kilometer Gefährlich ist Das ist so eine kleine Stadt, die ist weiter unten da, wo dieses Schild auch ist Und da kriegst du dann halt auch die eine Mission Kann ich Wasser trinken, unseren Schild? Auf Tab oder auf I Wer denn dann? Dann auf Gegenstände und dann auf Hilfsmittel Okay Ja, man sieht das immer Am besten sind so Suppen Weil damit kannst du trinken und essen gleichzeitig hochballern Ich sehe deine Aufgabe auch, ne? Echt? Eine letzte Abreise? Ja Und schalte den WG Informier dich über das Impfstoffprojekt Ne, informier dich über das Impfstoffprojekt Schalte den WG RF Kraftensender ein Oha, Digga, da sind super Mutanten Du könntest auch zu mir kommen Dann können wir zusammen weiter Also wenn du meine Mission siehst Dann ist es ja auch egal, oder nicht? Ich bin ja schon da jetzt Ja, dann weil Oh 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 shit Bin ich angegriffen Ich weiß gar nicht, ob ich die Kann Da müsste gehen Ja, Judo Ja, man Kann ich töten Geil, wenn ich den immer in den Kopf schieße Dann geht das Ja, okay Die sterben Geil Gibt du Stufe 3 Geil Kriegst du auch XP durch mich? Keine Ahnung Kann sein Weil ich töte hier gerade Supermut Ja, ich habe gerade aber auch Ein paar Gegner gekillt Deswegen wahrscheinlich Na, Bitch Ich habe schmutziges Wasser gezogen Nichts Geil Okay, ich habe alle Supermutanten gekillt Es gab 33 XP Kronkorken Patron Jagdgewehr Brustkorb Und Wirbelsäule Ich habe mich öfter gerne mal mit Von Leuten, die ich erschossen habe Ich habe dein Leben Müsste mich niedrigen Ja, Diggi Ich muss auch gleich Red Away nehmen Und dann muss ich erst TP aufladen Leute, erst einfach despaunt die Leiche Oha, Diggi Die sind wild gewordenen Roboter Ich bin froh, dass ich eine Knarre habe Ich bin froh, dass ich eine Knarre habe Wenn man die töte, spawnen hier irgendwann immer irgendwelche anderen Sehr witzige Was, wenn man stirbt? Was passiert dann? Keine Ahnung Ich bin noch nie gestorben Ich bin einfach For good For this game Bitch Wer habe ich davon? Oha Digga, mit der Waffe habe ich ja übertrieben Oha, Leute Die Waffe muss ich reparieren Holy Jesus Christ So So, auf Diverses Oder wo ist das? Ne, wo ist denn das mit den Hilfsmitteln Red X Strahlungsresistenz Ne, das ist Red Away brauchen wir genau Da Ich meine Red Away Und jetzt kann ich Meine Pixie nehmen Geil Warte mal ganz kurz Je bin wieder da dann wollen wir weiter unsere Mission machen so wir müssen eigentlich schon in der Nähe sein warte mal was ist denn vor uns alles ich bin der Responder Vorrätelager ah Vorratslager soll hier sein wow ist die Waffe stark na ich habe die ganze Zeit ein Jagdgewehr das wollte ich dir auch noch geben ich habe zwei davon und ich glaube wenn man die repariert ist sie ziemlich heftig also ein Headshot ist sofort tot bei so fallen Gummigegnern fickt hier auch 10mm wie gesagt wir können ja nachher tauschen Shit haben wir hier ist nichts das ist ein Gegner getroffen und instant tot Schleichschaden ich habe zweifach Damage gemacht der Waffe das macht echt Spaß das ist halt wie gesagt also wenn ich das spiele ist zwar verlaut 67 oder 76 67 sagt man ja ne 76 76 76 ne affe zwei kämpfe ja im gruppe wenn wir sie nicht brauchen lose schrauben und bier ultra heftig die waffe die erste mission habe ich noch weiter es gibt einen schuss aber geil wie die waffen abnutzen einer sollte hier ich bin beladen oh warte mal die wollte ich eh mal ausprobieren wo ist und dann habe ich auch wieder anfangen das ist ein gegner direkt vor mir gespawnt eben was müssen wir hier suchen leute da sind ja diese vorrede genau da oben im mensch sagt damit konnte man ja damals auch nicht hier liegt einfach mal ne ich muss irgendwas finden leute um das gute ist dass manchmal monster direkt manchmal spawn monster einfach direkt vor mir da kann ich den die ganze zeit in den kopf schießen dann sieht hier habe ich was zum kaputt machen gegenstände verwerten so fragt man kann nur waffen verwerten okay das ist ja meine brauchst du eine 10 mm pistole findest du bestimmt auch noch ich könnte glaube ich alles gebrochen 10 mm pistole findest du schnell ja ja ich habe so viel scheiße aufgehoben von den gegnern ich muss das erstmal alles kaputt machen ich habe übertrieben viel aufgehoben schere schraubenzieher schraubenzieher schrauben schrauben ach hier kriegt man kupfer und glas zement sagt zigaretten alter jagdgewehre weiß wie viele jagdgewehre ich habe holy shit 1 2 3 4 5 6 stück ich behalte mal die beste für dich ne ja ganz gut die jagdgewehre sind echt heftig und ich habe sogar eine kurze schrotflinte gekriegt wieder eine ölkanister ähm jagdgewehr jagdgewehr das mal weg okay das eine jagdgewehr behalte ich und die pamka behalte ich auch eine davon gut dann haben wir erstmal dann haben wir erstmal den scheiß sortiert ein bisschen wenn wir hier mal ein c ran machen das weg das weg so ja ähm jagdgewehr kurz wir haben überall nicht mehr so viel doch hier tschüss hier ist echt viel stelle blöken 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 Ah, 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 da ist noch was. Habe ich schon den Scheiß gefunden von ihm? Ah, da macht man das. Der Typ läuft auf mich zu, er so stirb. Tempo Automatik Pistole ist natürlich geiler als diese... Jetzt diese Sachen, die man immer einmal schießt und dann nachlädt, ne? Die sind echt kacke, die Waffen. So. Habe ich seinen Schatz gefunden? Ich finde Respawners Vorräte. Ist er hier vor? Nein.